Wir sind freier am Denken, als du glaubst. Du vielleicht. Soll mit dem Teufel verkehrt haben. Jeder kann besagt werden. Wir müssen intervenieren. Satan stachelte gesamten Rat gegen unsere Aufhörner. Überlass das weiter mit mir. Johanna! Ich bin keine Hexe. Du hast mit dem Teufel gebuhlt. Du hast mit dem Teufel gebuhlt.